Oh, hallo Leute! Euer Dion Rendum hier, Toiletten-Talk. Habt ihr das schon gesehen? Abgedreht, eingedreht, umgedreht. Hier, Anis Amri. Die Leiche wurde begraben in Tunesien. Und das ist ein Toiletten-Talk. Ich will mich über was beschweren. Warum? Anis Amri, seht ihr hier, mit Bild. Ganz, ganz toll. Mit Name drunter, alles dabei. Erinnert euch nicht mehr? Wisst ihr nicht, wer das ist? Das ist der Mann, der auf dem Breitscheidplatz die ganzen Leute umgefahren hat mit dem LKW. Hier in Berlin. Terroranschlag. Und als kleine Belohnung wird er jedes Mal, wenn es um diesen Terroranschlag geht oder um ihn, abgedruckt, hingedruckt, abgeklatscht. Hier, kann man ihn sehen, ganz eindeutig. Also, wenn ich einen Terroranschlag mache, dann wird mein Gesicht auch überall gepostet. Ist das nicht super?